Welche Wörter gehören zusammen, die Kongruenz? Salve Der römische Feldherr Quintus Furius Flaccus schreibt gerade ein Buch über seine Taten. Er notiert sich Puh, das ist aber schwierig zu verstehen. Hier gibt es viele ähnliche Endungen. Lass uns gemeinsam untersuchen, welche zusammengehören und das Thema Kongruenz ein bisschen üben. Im ersten Satz findest du die Endungen um und o rum. Ingenium ist Neutrum und heißt die Begabung. Es gehört zur O-Deklination. Die Endung um steht also für den Nominativ oder Akkusativ Singular. Imperator ist Maskulinum und heißt der Feldherr. Es gehört zur konsonantischen Deklination. Die Endung um kann also nur der Genitiv Plural sein. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017